Das ist das neue Lenovo Yoga 3 Pro, der Nachfolger des vor zwei Jahren vorgestellten Lenovo Yogas, das dünnste 13 Zoll Ultrabook auf dem Markt, das besonders hervorsticht, wie wir meinen, aufgrund einer neuen Scharnierbauweise. Wir haben uns schon in den letzten Jahren hervorgetan, ein Scharnier zu entwickeln, das es uns erlaubt, ein Gerät eben nicht nur im Laptop-Modus einzusetzen oder in einem sogenannten Zelt-Modus, sondern auch in einem Tablet-Modus einzusetzen. Das haben wir durch diese berühmten, tatsächlich schon berühmten Yoga-Scharniere bewiesen. Jetzt haben wir diese Scharniere weiterentwickelt, haben sie so gestaltet, dass sie an ein Uhrenarmband erinnern. Damit haben wir es nicht nur dünner gemacht und leichter, sondern auch wesentlich stabiler. Wir haben jetzt dieses Gerät nicht nur an zwei sogenannten Gelenken befestigt, Scharnier befestigt, sondern an sechs Gelenken befestigt. Das ermöglicht wiederum dieses Gerät nicht nur, wie gesagt, leichter, sondern auch wesentlich dünner zu machen. Dieses neue Yoga 3 Pro hat auch einen Intel-Prozessor, der dieses Windows 8-Gerät hervorragend sehr schnell antreibt, einen verbesserten Sound aufgrund eines GBL-Enhancements, also GBL-Boxen, die dort für eine viel bessere Soundqualität zum Genießen von Video- oder von Multimedia-Inhalten sorgen. Und dann haben wir noch ein grandioses Display, diesem sogenannten QHD-Display, 3200x1800.